Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 29. Juli 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das im Jahr 1964 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 420 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.